Hallo, heute stelle ich euch den Zwilling Sharp Block, Messerblock und Scherenblock vor. Der selbst schaffende Messerblock wurde in China hergestellt, während die Messer von Zwilling noch made in Germany sind. Für mich ist eine Schere in einem Messerblock noch etwas ungewöhnlich, aber heutzutage ist ja alles irgendwie verpackt, also braucht man auch eine Schere. Jetzt stelle ich euch die Messer vor. Ich schaff, es geht auch mal an. Dann rein an die Messerblock. In dieser Hand war ich die Messerblock. Ich schaffe, ich schaffe. Gott. Tollteig für mich. Wenn er die Mischung. Die Messer sind wie gesagt alle in Germany, während der Messerblock in China hergestellt wurde. Die Messer sind wie gesagt alle in der Messerblock in China hergestellt wurde. Zitzen. Die Schneidekraft ist sehr, sehr gut. Die Messer schneiden sehr weich, drehen gut durch. Die Schneidekraft ist sehr, sehr gut. 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 Die Schneidekraft ist sehr, sehr gut.